Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Steinbock, heute ist die perfekte Gelegenheit, deinen Fokus von der Selbstbeobachtung auf das Engagement mit anderen zu richten. Anstatt all deine brennenden Fragen und Gedanken für dich zu behalten, solltest du sie nach außen tragen. Beteilige dich an Diskussionen und erzähle der Gruppe von deinen Fragen. Als jemand, der oft die Verantwortung für die Lösung von Problemen auf sich nimmt, kann das Einbeziehen anderer Standpunkte deine Perspektive bereichern und zu wertvollen Einsichten führen. Die derzeitige Ausrichtung der Planeten kann dich gelegentlich vor logistische Herausforderungen stellen. Du bist bekannt dafür, dass du anderen ihre Fehler verzeihst, aber vergiss nicht, dir selbst gegenüber das gleiche Mitgefühl aufzubringen, wenn du mit Frustrationen konfrontiert bist. Nutze Stress und Frustration als Anzeichen dafür, dass du dich mehr auf deine Bedürfnisse einstellst. Körperliche Bewegung kann ein hervorragendes Ventil sein, um Spannungen abzubauen und das Selbstbewusstsein zu erhalten. Nimm sie als Mittel an, um in dieser Zeit geerdet und konzentriert zu bleiben. Du hast mehr Einfluss auf andere, als dir vielleicht bewusst ist. Normalerweise schwimmst du mit dem Strom und vermeidest es, dich zu sehr durchzusetzen. Doch jetzt ist die beste Zeit, um deine Macht zu nutzen und andere dazu zu bringen, mit dir zusammenzuarbeiten. Deine Führungsqualitäten können durchscheinen, also zögere nicht, die Führung zu übernehmen und etwas zu bewirken. Wenn es um Beziehungen geht, solltest du daran denken, dass über alte Entscheidungen aufgrund eines schlechten Tages oder eines einzelnen Verhaltensproblems nicht die beste Lösung sind. Nur weil jemand auf unvorteilhafte Weise in dein Leben getreten ist, heißt das nicht, dass du ihn sofort ausschließen solltest. Auch eine Beziehung abrupt zu beenden, ist vielleicht nicht die richtige Lösung. Erwege stattdessen, Vertrauen in die andere Person zu haben, auch wenn sie es noch nicht ganz verdient hat. Wenn du eine Chance ergreifst und Vertrauen zeigst, kannst du eine vielversprechende und transformierende Veränderung in eurer Beziehung erleben. Wenn der Mond die durchsetzungsfähige Energie des Widders entfacht, fordert er dich auf, zu prüfen, was und wer in deinem Leben wirklich wichtig ist. Es ist an der Zeit, dich zu fragen, für wen und was du bereit bist zu kämpfen, und wo deine Leidenschaft liegt. Erwege, unerwünschte Elemente aus deinem Leben zu entfernen und eine Kehrtwende hin zu einem Erfüllen deren Weg zu machen. Setze dich in verschiedenen Bereichen deines Lebens für dich selbst ein, sei es in persönlichen Beziehungen, im Beruf oder auch in Bezug auf Selbstfürsorge und persönliches Wachstum. Abschließend möchte ich sagen, dass du die Gelegenheit nutzen solltest, dich mit anderen auszutauschen, deine Gedanken mitzuteilen und andere Perspektiven zu suchen. Sei in schwierigen Momenten mitfühlend mit dir selbst und nutze körperliche Bewegung, um dich zu erden. Erkenne dein Führungspotenzial und nutze deinen Einfluss, um mit anderen zusammenzuarbeiten. Wenn es um Beziehungen geht, solltest du Vertrauen in die Menschen haben, die dir wichtig sind, auch wenn sie es nicht immer verdient haben. Auf diese Weise kannst du positive Veränderungen und sinnvolle Verbindungen fördern. Nimm die durchsetzungsfähige Energie des Widermondes an und nimm dein Leben in die Hand, indem du dich von Dingen trennst, die dir nicht mehr dienen, und für deine wahren Wünsche und Ziele eintrittst. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den Tag ein. Lassen wir uns auf die Geheimnisse ein und vertrauen wir darauf, dass die empfangenen Botschaften uns zu Wachstum und Verständnis inspirieren werden. Die Vier der Schwerter steht für Ruhe, Erholung und innere Einkehr. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute vielleicht etwas Ruhe und Entspannung brauchst. Sie steht für eine Zeit, in der du dich von der Hektik des Lebens zurückziehen kannst, um einen Moment der Ruhe und der Verjüngung zu finden. Die Vier der Schwerter ermutigt dich, eine Pause einzulegen und dir den Raum zu geben, um dich körperlich und geistig zu erholen. Sie erinnert dich daran, dass Zeit für Selbstfürsorge und Reflexion zu mehr Klarheit und einem Gefühl der Erneuerung führen kann. Begleitet wird die Vier der Schwerter von der Sonne. Diese Karte steht für Freude, Optimismus und Erfolg. Sie steht für eine Zeit des Überflusses, der Positivität und des Potenzials für neue Chancen. Die Sonne lädt dich ein, die Energie der Freude und des Optimismus anzunehmen. Sie erinnert dich daran, dich auf die positiven Aspekte deines Lebens zu konzentrieren und Situationen mit Zuversicht und Begeisterung anzugehen. Die Vier der Schwerter und die Sonne bilden zusammen eine kraftvolle Kombination für diesen Tag. Die Vier der Schwerter betont das Bedürfnis nach Ruhe und innerer Einkehr, während die Sonne das Potenzial für Freude und Optimismus hervorhebt. Nimm dir heute die Energie der Vier der Schwerter zu Herzen, indem du dir Zeit für Ruhe und Entspannung nimmst. Gib dir den Raum, um neue Energie zu tanken und Momente des Friedens und der Ruhe zu finden. Denke über alle Bereiche deines Lebens nach, die eine Verjüngung brauchen. Verkörpere gleichzeitig die Energie der Sonne, indem du dich auf die positiven Aspekte deines Lebens konzentrierst und Situationen mit Zuversicht und Begeisterung angehst. Mach dir das Potenzial für Freude und Fülle, das dich umgibt, zu eigen. Diese Lesung steht für einen Tag der Ruhe, der Besinnung und des Potenzials für Freude und Erfolg. Mach dir die Energie der Vier der Schwerter zu eigen, indem du dich um dein Wohlbefinden kümmerst und Momente des Friedens findest. Nutze die transformativen Qualitäten der Sonne, indem du dich auf die positiven Aspekte deines Lebens konzentrierst und den Tag mit Optimismus und Begeisterung angehst. Vergiss nicht, dich um dich selbst zu kümmern und dir den Raum zu geben, dich zu erholen und zu erneuern. Mach dir das Potenzial für Freude und Erfolg zu eigen, das vor dir liegt. Wenn du die Qualitäten der Vier der Schwerter und der Sonne kombinierst, kannst du den Tag mit einem Gefühl innerer Klarheit, Positivität und dem Potenzial für glänzende Chancen und Erfüllung angehen. Positivität und Erfüllung angehen.